Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Nach dem gestrigen Spiel gegen Leverkusen war ja eine Frage in unserem Umfeld die, die am meisten gestellt wurde. Wann und ob wird Frank Kramer entlassen? Gestern Abend gab es ja erst einmal keine Interviews vom Verein, Ruven Schröder wollte sich nicht äußern, aber es gab dann doch noch ein Statement vom Verein für die Medienvertreter zum Spiel. Die Leistung unserer Mannschaft hat uns heute maßlos enttäuscht. Der Trainer stark um Frank Kramer, die Mannschaft, wir alle sind nun gefordert, gegen Hoffenheim eine in allen Belangen verbesserte Leistung zu zeigen. Und damit sollte für uns alle eine Geschichte auf jeden Fall klar sein. Frank Kramer bleibt Trainer auf Schalke und so plant also der S04 nach dem Debakel erst einmal. Aber ich denke mal, wir alle kennen ja den Fußball, wir alle kennen das Profi-Geschäft und wir alle kennen erst recht Schalke 04. Gestern ist sicherlich die Stimmung endgültig gekippt. Es gab ja auch zum ersten Mal ja die wirklichen Kramer-Rausrufe aus der Fankurve zu hören und ich glaube, dass wir alle wissen, was nächste Woche passieren kann. Ich denke mal, Frank Kramer ist mittlerweile auch intern mehr als diskutiert worden, ob das eben noch so viel Sinn ergibt. Und jetzt gibt es eben für ihn die letzte Chance gegen Hoffenheim. Dort geht es sicherlich nicht nur ums Ergebnis, natürlich erst recht, aber es geht vor allen Dingen eben auch darum, eine bessere Leistung zu sehen, dass die Mannschaft eben auch versteht, was der Trainer will und es natürlich dann auch im besten Fall funktioniert. Denn sonst wissen wir alle, was passieren wird. Du hast ein Freitagsspiel, danach spielst du gegen Hertha BSC am Sonntag mit Konkurrenten im Abstiegskampf, fast ein bisschen Zeit. Ich muss euch nicht erklären, was dann passiert. Aber, und das ist eben die News, die sicherlich jetzt erstmal am wichtigsten ist, trotz der desolaten Vorstellung gestern, trotz der dritten Pleite in Folge, bleibt Frank Kramer laut der Aussage im Amt. Und ich denke mal, das wird dann eben auch so sein. Er wird das Spiel gegen Hoffenheim noch bekommen. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.